Ihr lieben guten Morgen! Ich begrüße euch zu einem neuen Hausvlog. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, das Setup ist das gleiche wie zu Ostern, denn heute ist Ostersonntag. Ich wünsche euch jetzt keine Ostern pro Ostern mehr, denn wenn ihr dieses Video seht, ist Ostern schon längst vorbei. Ich habe heute Morgen hier schon flessig leer gefärbt, habe ich euch ja in dem Vlog, den sie zu Ostern gab, erzählt. Hier steht der Hefezopf und in dem Vlog hier geht es nachher darum, dass wir unser erstes Ostern sozusagen im Haus im neuen Garten feiern. Und ja, da würde ich euch gerne ein bisschen mitnehmen, wie ich für Nino nachher ein paar Ostereierchen verstecke, die ich hier gerade im frühen Raum schon selber gefärbt habe. Hier seine Ostergeschenke entdeckt, die er da heute im Garten bekommen wird. Ich bin schon ganz gespannt, was er dazu sagen wird. Wir haben nämlich so ein paar Sachen gekauft oder eben auch von Familie kaufen lassen, dass er eben so ein bisschen Beschäftigung da im Garten hat. Und jetzt dann eben über den Sommer da dann auch einen guten Zeitvertreib hat. Ich weiß ja nicht, wie lange die aktuelle Corona-Situation noch andauert, dass wir eben nicht auf Spielplätze können und so weiter. Und da haben wir ihm jetzt so ein bisschen Sachen für ihn gekauft und uns gewünscht, dass er da eben gut beschäftigt ist, während wir da auch ein bisschen was arbeiten. Und ja, wir haben eben die Zeit damit ihn genießen können. Ich höre jetzt gerade, die Jungs sind schon wach geworden. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal meinen Jungs frohe Ostern wünschen und nehme euch nachher dann mit ins Haus. So, wir haben jetzt alles gepackt. Wir fahren jetzt auf zum Haus. Der Nino ist schon hier mit seinem... Zeig mal das Körbchen. Zeig mal das Körbchen. Der Nino ist schon hier mit seinem Osterkäppchen bewaffnet. Da darf er jetzt dann gleich im Haus... Ja, genau, da ist es, ne? Da darf er jetzt dann gleich im Garten ein paar Oster-Eier suchen. Ja! Ne? Dann bin ich mal gespannt, wie es ihm gefällt. Wir fahren jetzt los. So, wir fahren. Ja, hast du Teddy dabei? Hast du Teddy dabei? Super. Ja, Teddy ist auch mit dabei, ne? Super. Ja, tja. Ja, tja. So, wir sind jetzt am guten Ende gekommen und jetzt habe ich mir hier schon alles hingestellt. Mein Mann ist gerade noch mit Nino im Haus und jetzt werde ich hier kurz die Sachen ein bisschen verteilen und dann darf Nino loslegen und suchen. Ich freue mich schon. Auf jeden Tag habe ich mich jetzt wirklich lange gefreut und ich bin echt gespannt, wie ihr die Sachen findet. Bis zum nächsten Mal. Ich habe noch ein paar von meinen selbst gefärbten Eiern hier rüber und dann kann die Kleine kommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nino, guck mal hier. Guck mal, was ist denn da? Tu das mal in das Körbchen? Tu das mal in das Körbchen? Guck mal, was ist denn da? Das mal in das Körbchen? CίLit hier. Das ist das mal in das Körbchen, wenn du das Körbchen mal selber spielst Was ist denn da? Oh. Das waren die Eier. Wow. Was ist denn das? Huh? Nino, guck mal, wo du überall vorbeigelaufen bist. Was ist denn da? Guck mal da. Nino, guck mal hier, Nino, guck mal da. Guck mal hier Schatz, guck mal hier. Was liegt da noch? Was liegt denn da noch? Uh. Super. Und schau mal da. Danke. 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 Danke schön. Danke schön. Du willst es mal aufreißen? Ja, du machst es mal auf. Ja, du machst es mal auf. Guck mal, das kann man aufmachen. Mach auf. Kannst du aufreißen, Schatz. Genau. Soll ich dir helfen? Guck mal. Guck mal. Super. Wow. Oh, was ist denn das? Ein Puzzle? Das ist ja toll, ne? Da kann man es aufholen. Oh, zwei Puzzle sind es ja sogar. Oh, wow. Guck mal, was ist denn das? Ein Zebra. Ein Zebra, genau. Cool. Eine Eule. Wie macht die? Genau. Schuhu, schuhu. Toll. Sollen wir mal noch die anderen Sachen suchen? Guck mal, was da noch gibt. Ja, die Eier, genau mit deinem Körbchen. Was liegt da noch? Sollen wir mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, Oster-Eiersuche schon hinter uns. Der Nino hat echt, ihr habt es ja gesehen, ich habe versucht ein bisschen zu filmen, hat alles gefunden und ist jetzt schwer beschäftigt mit seinem Schubkarren und fährt ihm die ganze Zeit jetzt hier hoch und runter und mein Mann hat ihm jetzt sogar schon diese Handschuhe angezogen. Und der ist jetzt mega happy und es ist einfach schön zu sehen, wenn die Sachen, die man so für ihn gekauft hat, dass die dann auch gut ankommen. Also diesen Schubkarren mit diesen ganzen Sachen hat er von meinem Mann und mir bekommen, dieses Baggerzeug, genau diese beiden gelben, die hat er auch von meinem Mann und mir bekommen. Der Sandkasten inklusive Sand ist von seiner Oma, also von meiner Mama. Und die großen Gartengeräte, da haben wir übrigens noch ein paar mehr von, die bekommt er jetzt aber nicht alle auf einmal. Aber die sind von meiner Schwester für ihn. Und das Puzzle, das stand heute Morgen vor unserer Haustür, das haben wir von Nachbarn geschenkt bekommen, die direkt neben uns wohnen. Ja, die haben das für den Mino für die Tür gestellt. Und ja, ja genau, da sind sie ja die, genau die mit dem Holzstab, die hier. Die sind von meiner Schwester, genau. Und ja, wir werden jetzt hier den Tag auf jeden Fall im Garten verbringen und spielen und ich denke, heute werden wir an sich im Haus nicht so viel machen, vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, dass wir noch ein bisschen was verräumen. Aber wir sind die letzten Tage echt gut vorangekommen. Da mache ich euch dann auch nochmal ein Update. Also einige Räume sind sogar schon leer. Wir haben viele Sachen losbekommen. Viele Leute haben Sachen, die wir hier nicht mehr gebraucht haben, abgeholt. Und ja, das hat wirklich ganz gut funktioniert und wir kommen wirklich gut voran. Und ja, es macht einfach Spaß, hier zu sein. Und was ich, also wir sind jetzt wirklich schon oft hier gewesen und was mir irgendwie neulich nochmal so bewusst geworden ist, dass das wirklich bald unseres ist. Also, weiß nicht, ja klar, ich meine, wir machen ja hier schon was, aber diese tatsächliche Erkenntnis, dass das wirklich hier bald unser Garten ist und dass wir hier dann vielleicht auch, oder das heißt vielleicht, dass wir hier dann auch wohnen werden und also die kam irgendwie neulich nochmal so ganz, so ganz massiv in meinen Kopf. Irgendwie habe ich das noch nicht so ganz realisiert. Ich glaube, das dauert auch noch eine Weile. Aber, ich meine, klar, wenn wir nochmal beim Notar waren, dann ist das vielleicht auch nochmal was anderes. Aber wirklich diese bewusste Erkenntnis, das hier ist dann wirklich unser Garten. Ich weiß nicht, das kam irgendwie neulich nochmal ganz, ganz bewusst in meinen Kopf rein. Kommst du her, Schatz? Ist schwer am Arbeiten. Oh, danke schön. Die Handschuhe passen dir aber gut. Ja, guck mal, die Handschuhe. Ha? Sind die gut, die Handschuhe? Winke, winke. Ja, super. Ja, der ist auf jeden Fall wirklich hier schwer begeistert von seinem Wachenland. Das ist wirklich schön zu sehen. Von daher, wir genießen jetzt einfach mal ein bisschen die Zeit hier. und dann gerne mal ein bisschen die Zeit. Ok. Vielen Dank.